...notgeilen Fickschnitzel! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Twigger Feast FFA. Diesmal haben wir die Schottie am Start und ich glaube, in der Zeit, wo ich auf die Sniper bei Blitzbrigade hocharbeite, wird ja kein Blitzbrigade hochgeladen, logischerweise. Ähm, und, ähm, ja. Ja, Baum. Äh, deswegen kommt in der Zeit Twigger Feast. Und da wurden wir direkt von hinten weggeschnetzelt, meine geilen Freunde. Oh geil, da haben wir noch, hab ich die Schuss, das einmal kurz war, fehlt. Ich bin scheiße, ich komm von hinten. Aha, wir haben die Lead getuckt. Babs. Die Trigger fürs Schottie ist eigentlich schon sehr nice. Zack, und wieder die Lead getuckt. Zack, dem haben wir mal richtig schön ins Gesicht geschossen. Nein, Mama! Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. das System, ey. Ganz ehrlich. Ups. Ich bin eine Shotgun. Man kann nicht mit mir schießen. Oh, nur noch 20%. Ja, Sigi. Alter, ey. Ich bin eine Shotgun. Wenn man mich braucht, dann schieß ich nicht. So, jetzt gehen wir hier mal schön den Gang entlang. Ja. Wow. Nein, wieso schießt die denn da nicht? Mama. Wow. Ja, wie kannst du lush sein? Mein Gott! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Könnte der nicht mal so eine Sekunde früher... ...kommen? little screen by had Oh, da haben wir nochmal gewonnen. Sehr nice. Ja, damit beende ich die Aufnahme. Bis dahin, lacht ein, Leute.